Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Folge der Chefsache Business Lounge. Wenn wir an Konzerne denken, dann denken wir an unglaubliche Mittel. Wir denken an Macht, aber wir müssen auch an Herausforderungen in der Kommunikation denken, denn nicht zuletzt besagte Konzerne tauchen immer wieder oft negativ in den Schlagzeilen auf. Heute werfen wir einen Blick in das benachbarte Land, genauer gesagt in die Schweiz, nur wenige Seemeilen sozusagen von uns entfernt und dort ist ein wahrhaftiger Riese zugegen. Der orange Riese wird die Migros in der Schweiz genannt oder die kunterbunte Migros-Gruppe. Die Berner Zeitung klingt fast schon genervt bei ihrer Auflistung, was alles zum Schweizer Riesen gehört. Die Pizzeriakette Molino mit 18 Restaurants gehört der Migros. Der Online-Shop Digitec Galaxus, Teil der Migros. Die Sportgeschäfte SportXX und BikeWorld, Migros. Die Gesundheitszentren MedBase, die Fitnesszentren von AktivFitness, Migros. Die Fastfood-Kette Chigaria, Denner und Globus, Bäckerei Hug, Migros, Migros, Migros. Christoph Frey, Leiter der strategischen Kommunikation von Migros Zürich, hat diese Marktmacht längst als Problem erkannt, jedenfalls aus kommunikationstechnischer Sicht. Wir sind zu präsent in Zürich und das wirft uns die Presse auch immer wieder vor. Zuletzt ließ der Konzern Plakate aufhängen. Migros gehört den Leuten. Wollte sich so auf den Genossenschaftsgedanken besinnen. Eine Genossenschaft macht keine Gewinne. Gleichzeitig streicht der Konzern in Zürich 300 Stellen. Das machen Unternehmen nur aus Gründen der Effizienz und Gewinnsteigerung, so der Vorwurf, für die Kommunikationsstrategen wie Christoph Frey ein Drahtseilakt und eine besondere Herausforderung. Früher waren wir das knuddelige Unternehmen aus der Schweiz. Heute sind wir ein Konzern, der mit Skepsis betrachtet wird. Diese Veränderung begleitet uns. Und diese Veränderung ist auch für die Kommunikation des Marktführers prägend. Ja, und wie muss ein Konzern kommunizieren, damit er marktgerecht und vor allen Dingen kundengerecht kommuniziert? Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Herrn Christoph Frey. Sie sind Leiter Corporate Communications bei Mikro in Zürich. Freut mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Freut mich auch. Und direkt daneben unser Wirtschaftsexperte, Jurist und Wirtschaftsprüfer Karl-Christian Bay. Herzlich willkommen in unserer Business Lounge. Wir haben es ein bisschen salopp formuliert in dem Einspielfilm. Die Journalisten klingen bisweilen schon genervt, wenn sie aufzählen, wo überall Mikro drinsteckt. Ist das ein grosses Problem für Sie, wenn Journalisten genervt sind? Nein, das ist kein grosses Problem. Das grössere Problem ist, wenn die Kundschaft findet, ihr verbreitet euch überall wie eine, ich sage es sehr negativ, wie eine Krake über das ganze Land. Und das ist im Moment etwas, das in verschiedenen Regionen, also auch im Kanton Bern und in Zürich, wenn Vorwürfe kommen, uns vorgeworfen werden. Das müssen wir jetzt möglichst geschickt handeln. Wir sind immer noch das beliebteste Unternehmen nach den Umfragen in der Schweiz. Früher mussten wir für das nichts tun und jetzt müssen wir ein bisschen was tun dafür, dass das so bleibt. Und man muss ja auch erst mal schauen, wo Sie herkommen. Heute haben Sie 83.000 Mitarbeiter, machen einen Umsatz von 27,3 Milliarden. Und dann angefangen hat damals alles natürlich sehr viel, kleiner wie genau. Genau, ja mit Dutweiner 1925, der Gründer der Mikro, mit sechs Produkten, mit günstigen Preisen. Er wollte die Kartelle stürzen, das war ganz pragmatisch und dann wurde er natürlich schnell einerseits sehr verhasst, weil diese Kartelle sich wehren wollten und andererseits sehr beliebt, weil die Konsumenten dieses eben, das Knuddelige, habe ich das wirklich gesagt, also das Knuddelige hatte und da sich dann immer mehr auch für Kulturen engagierte und für die Freizeit der Menschen. Und jetzt ist natürlich wieder ein großes Unternehmen, das für die Leute auch nicht mehr klar erkennbar ist oft und deshalb etwas, ich sage jetzt, Respekt verbreitet. Von Dutweiler kommt es her. Manche sagen auch in der Schweiz, Mikro heute ist sozusagen Dutti Frutti, weil alles Mögliche drinsteckt, hat sich dort sozusagen ein Konzern, weil er so erfolgreich war, letztendlich auch ein echtes Problem bereitet. Das glaube ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also ich darf die Mikro schon seit Jahren jetzt begleiten und ich habe keinen anderen Mandanten, der so Werte durchdrungen ist wie die Mikro. Unabhängig davon, wie die einzelnen Marken im Verbund heißen, unabhängig davon, welch dynamisches Wachstum das Unternehmen in bestimmten Bereichen nimmt, gibt es eine ganz, ganz stabile DNA, eine ganz stabile Unternehmenskultur, die sich natürlich Herausforderungen stellen muss, wenn ich neue Unternehmen integriere, wenn ich unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Herkünfte berücksichtigen muss. Aber das leistet die Mikro beispielhaft. Die Größe macht den Menschen auch Angst, insbesondere den Detaillisten, dem Handel. Ja klar, Sie haben ja unfassbar viele Geschäfte. Was sagen Sie denn dem Handel, der da Angst vor Ihnen hat? Ja, ich kann Vergleiche anstellen, dass es relativ ist, was unsere Marktanteile sind, wenn man das machen will. Es ist mehr ein Gefühl als nackte Zahlen. Und es ist weniger vielleicht bei den Medien, als auch wir sehen es in Zürich. Und ich spreche ja, ich sage es immer wieder gern für die Mikro Zürich, Sie nennen die ganze Mikro, glaube ich, schon Kenntnisse. Aber vor allem bei uns in unserem Wirtschaftsgebiet sind es vor allem die Leute, die finden, wir sind an jeder Strassenecke mit irgendeinem anderen Format. Und der grosse Slogan, den wir haben, ist ja, täglich besser leben. Und alles, was wir machen, schenkt schon auf dieses Thema ein. Aber die Leute sehen da halt, dass einmal ein Geschäft weg muss. Und wieder kommt die Mikro, die kann es bezahlen. Es wird vorgeworfen, ihr treibt die Mieten hoch. Es hat die üblichen Vorwürfe, die man dann schon korrigieren kann, wenn man einfach die richtigen Kommunikationsleistungen bringt. Das sagen Sie mal so einfach im Nebensatz, wenn man die richtigen Kommunikationsleistungen bringt. Lassen Sie uns mal vielleicht ganz praktisch einen Fall anschauen, eben aus Zürich. Dort hat Mikro ein Teilrestaurant eröffnet in der Langstraße. Und dann ging es richtig rund. Was genau ist passiert daran? Ja, man muss wissen, die Langstrasse ist natürlich das Zentrum des Lebens über viele Jahrzehnte von Zürich. Da hat Schuhmacher, Kleingewerbe, viele Kneipen gehabt. Und das ist alles etwas aufgeweicht worden durch die Entwicklung. Und genau in diesem Epizentrum, auch das darf man sagen, des linken Zürich, haben wir uns getraut. In einem Haus, wo Marxisten drin sind, die marxistische Buchhandlung. Im oberen Stockwerk sind die spanischen Kommunisten eingemietet. Und dieser Vermieter, ausgerechnet, der gibt uns ein Ladenlokal, wo wir mit einem Thai-Restaurant reinkommen. Wir haben es noch nicht eröffnet. Wir werden es erst eröffnen. Und das ist eine schwierige Ausgangslage grundsätzlich. Wollen Sie wissen, wie wir reagiert haben? Ja, das möchte ich gerne wissen. Die haben eine Petition gestartet. Die haben Tausende von elektronischen Unterschriften gesammelt. Und haben die Medien natürlich instrumentalisiert. Es wurde auch Unwahres geschrieben. Es ist kein Junkfood und kein Takeaway. Es ist ein richtig hochwertiges Thai-Restaurant, das wir da eröffnen. Denn der Schuhmacher muss nicht zumachen nebendran. Er hat etwas verkleinert, was ihm übrigens recht ist, weil er weniger Miete zahlt. All das wurde etwas verdreht. Ja, unser CEO hat gesagt, komm, die sollen kommen. Und die durften dann uns, dem CEO, dem Jörg Blunci, diese Petition überreichen. Wir haben mit ihnen gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht. Wir haben völlig verschiedene Auffassungen natürlich. Die finden, die Migros hätte die Grösse, auch mal etwas zu schliessen, auf etwas zu verzichten. Wir sagen, nein, wir wollen wachsen. Wir wollen den Menschen immer mehr zu einem besseren Leben verhelfen. Und dann hat man sich aber sehr freundschaftlich und echt arrangieren können. Die hatten ihre Fotos mit dem CEO, der diese Petition. Wir haben versprochen, uns regelmässig auszutauschen. Und das tun wir jetzt auch wirklich. Und damit haben wir schon die Lanze und die Spitze vom Ganzen gebrochen. Bis jetzt sind die eigentlich zufrieden. Und wir können das, denke ich, im September widerstandslos und ohne grosse Proteste eröffnen. Sie können sich ja in der Tat glücklich schätzen. Sie machen den Job jetzt schon seit rund 22 Jahren. Es ist jetzt noch nicht viel, sag ich mal, Schlimmes passiert, was in Sachen Krisen-PR beispielsweise unternommen werden musste. Da gibt es ganz andere Fälle, beispielsweise in Deutschland, wenn wir etwa nur an den VW-Konzern denken, was da alles schiefgelaufen ist und wie man es besser hätte richtig machen müssen als Konzern. Darüber möchten wir unter anderem sprechen. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. Wir unterhalten uns heute über das Thema Kommunikation bei und von Konzernen, die natürlich nicht immer einfach ist. Wir erinnern uns alle an Schlagzeilen, beispielsweise vom VW-Konzern. Und da ist in der Tat offensichtlich, was die Corporate Communication angeht, etwas schiefgelaufen. Bei mir im Studio ist zum einen erstmal Christoph Reis. Sie sind Leiter und Experte für den Bereich Corporate Communications bei der Mikro Zürich. Und nebendran Karl-Christian Bayer, unser Wirtschaftsexperte. Ja, nehmen wir doch gerade mal so ein Beispiel, wie etwa das vom VW-Konzern, der Dieselskandal. Das schien ja wirklich in die Hose gegangen zu sein, was ja strukturierte Kommunikation eines Konzerns angeht. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich für Unternehmen in einer bestimmten Größe schwierig, mit der Krisenkommunikation umzugehen. Zum einen, weil man sich in einer Position der Stärke wähnt, die tatsächlich die Fallhöhe dann definiert, wie tief ich fallen kann. Und auf der anderen Seite auch bestimmte Geschehnisse für sich selbst ausschließt. Und so kam es am Anfang tatsächlich bei Volkswagen-externen Betrachtern so vor, als ob man dieses Thema eigentlich nicht ernst nimmt. Als ob man sehr unvorbereitet ist, eigentlich gar nicht so richtig weiß, worüber redet man da. Und auch die Kommunikation schwerlich in Gang kam, um eine klare Erwartung der Öffentlichkeit mit kommunikativen Mitteln irgendwo zu begegnen. Man hat das jetzt auch ganz aktuell beim DFB und der WM in Russland gesehen. Ja, aber es war eine Schockstarre, in die die Kommunikationsabteilung des Deutschen Fußballbundes verfallen ist, die beispielslos ist, weil man sich nie vorstellen konnte, dass man als amtierender Weltmeister derart erfolglos sich im Turnier bewegt, dass einem danach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Worte fehlen. Was macht denn jetzt die gute Kommunikation eines Konzerns aus, Herr Frey, dass man auf das Schlimmste vorbereitet ist? Ja, eigentlich müsste man das, ja. Das ist ganz schwierig. Also ich weiss, wir haben verschiedene Szenarien, ich nenne die jetzt wirklich nicht da, aber wo man… Eins vielleicht zum Beispiel. Ja, wenn man Vergiftungen hätte. Verstehen Sie? Also ich sage es nicht gern, weil das ist einfach ein Szenario, das dann wirklich ein Konzern richtig beschäftigen kann. Und da gibt es natürlich ganz detailliert vorbereitete Verhalten. Man muss vor allem schnell reagieren. Es ist dann Chefsache, Titel der Sendung. Man muss dann hinstehen und man darf nicht warten und man muss auch nicht alles wissen im ersten Moment. Das verlangt kein Mensch. Aber man muss reagieren und man muss Menschen der Öffentlichkeit vorstellen und nicht irgendwelche elektronischen Meldungen. Das ist das, was ich am wichtigsten finde. Wie schnell ist denn schnell, Ihrer Meinung nach? Schnell ist, also ich bin immer erreichbar. Ich weiss auch nicht alles. Und wenn ich nicht erreichbar bin, ist da jemand anderes erreichbar. Also man kann uns fragen und dann können wir sofort reagieren, indem wir sagen, wir sagen in zwei Stunden etwas oder wir sagen alle zwei Stunden etwas. Man ist einfach etwas vorgebend, ein Rhythmus, dass die Leute wissen, es kommt wieder was. Das haben wir nicht erfunden. Das sehen Sie bei jedem grossen Ereignis, machen teilweise die Polizeien hervorragend. Dann sagen sie, es ist wieder Ruhe zwei Stunden und dann kommen wir wieder. Oder wir kommen morgen früh wieder mit etwas. Also das ist nicht ein, aber dann kann man das Schlimmste in den ersten Momenten abfedern. Manchmal hat man den Eindruck, dass besagte Konzerne solche negativen Nachrichten selbst erst erfahren aus den Medien, aus den Tageszeitungen. Da muss doch etwas auch, sag ich mal, in dem Prozess vorher falsch gelaufen sein. Man muss doch irgendwo seine Sensoren haben und schon ungefähr wissen, wo sind denn eigentlich die problematischen. Natürlich. Also ganz, vor drei, vier Wochen habe ich plötzlich in 20 Minuten gesehen, dass vor unserem Hochhaus jemand auf der Strasse liegt und überfahren wurde. Und dann habe ich geschaut, diese Foto muss eigentlich ein Stock oberhalb von mir geschossen worden sein, von einem Mitarbeiter und sofort den Medien geschickt. Also die sind natürlich schneller informiert als die Medienstelle. Also da wird man immer wieder überrascht. Das ist ganz klar. Welche Möglichkeiten hat denn überhaupt ein Konzern, beispielsweise überall auch seine Sensoren zu haben über solche Herde? Kann da die neue Technologie helfen? Stichwort ja beispielsweise einen Scan durch soziale Netzwerke? Ja, das machen ja die meisten Unternehmen. Also die meisten Unternehmen haben ja heutzutage Kommunikationsabteilungen, die nicht nur die klassische Kommunikation aktiv betreiben und passiv für Anfragen der Presse zur Verfügung stehen, sondern die auch ganz genau die Wahrnehmung des Unternehmens permanent kennen. Und gerade in den sozialen Medien, wo ich ja unter Umständen auch Shitstorm-Strukturen entwickeln kann, gerade im Endkonsumentengeschäft ist das immer wieder denkbar, da muss ich schnell reagieren können, da muss ich schnell dagegen steuern und das entwickelt sich ja häufig. Also der Erste beklagt sich über irgendetwas, dann hat er einen Vervielfältiger und diese Welle muss ich relativ schnell kommunikativ beherrschen. Oft, wenn nicht sogar in der Regel, sind ja Probleme hausgemacht. Manchmal möchte man sagen, mit Anlauf auf die Klippe zu. Ein Beispiel vielleicht jetzt nochmal aus Ihrem Konzern. Ursprünglich hatte ja Duttweiler gesagt, bei Mikro gibt es kein Alkohol und Tabak zu kaufen. Jetzt haben Sie wiederum Denner gekauft und dort gibt es Alkohol und Tabak zu kaufen. Das stelle ich mir nicht ganz einfach vor, das jetzt zu transportieren. Ja, das ist lange her, das hat die Schweizer Bevölkerung längst so akzeptiert und geschluckt. Klar gab das Reaktionen. Wir sind immer noch sauber unter dem Orangen M, wird nach wie vor kein Alkohol und keine Zigaretten verkauft. Aber natürlich waren das Herausforderungen, Kommunikative, das ist ganz klar. Wir wollen ja auch das nachhaltigste Unternehmen sein, Einzelhandel und das sind wir. Aber wir verkaufen auch Marshmallows und ungesunde Dinge, weil wir das müssen. Also das gibt immer wieder auch, wir können nicht einfach nur gesunde Nahrungsmittel verkaufen. Also in dieses Spannungsfeld sind wir natürlich drin. Und man kann mit dem argumentieren. Es gibt die Gottlieb-Dutweiler-Stiftung, die ist die Gralshüterin und die bestimmt über das Ganze so fast etwas in vatikanischer Art und Weise. Und ja, nein, es ist im Moment kein grosses, also der Alkohol und Tabak ist kein grosses Problem mehr. Das ist eigentlich nicht, ich will es nicht lang machen. Das war ein anderer Kontext damals bei Dutweiler. Viele Teile der Bevölkerung hatten zu leiden, ganz direkt, weil die Arbeiterschaft damals unter einem Alkoholproblem litt. Die haben das wirklich auf dem Weg nach Hause, den Lohn schon alles vertrunken in dem Sinn und kam nicht. Er hat ja selbst auch Alkohol getrunken und auch man sieht ihn mit den grossen Zigarren und so. Es geht sogar bei mir so weit, dass ich spüre, den jungen Leuten, die finden, ja, ist noch gut so irgendwie, aber eigentlich doch nicht. Weil ich gehe zu Coop oder zu Aldi und so, weil die haben wenigstens gerade noch das Bier, das ich gern dazu hätte und so. Es ist kein Thema. Ich will nicht sagen, dass es grundsätzlich diskutiert wird, aber es verliert auch an dieser Prägnanz, die es mal hatte. Sie haben jetzt gerade zwei Unternehmen, Mitbewerber am Markt genannt, Coop und Aldi. Die sind ja durchaus auch ein bisschen anders in der Kommunikation unterwegs. Wir haben auf der einen Seite einen Marktführer und auf der anderen Seite die Verfolger. Durch was unterscheiden sich die beiden? Ich kann das im Einzelhandel nicht so detailliert nachvollziehen. Ich glaube, dass dort tatsächlich die Imagewerbung und die Produktwerbung relativ ähnlich sind. Man sieht das aber bei uns im Bereich sehr deutlich. Die großen Wettbewerber, die wir haben im Bereich der Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, machen nur noch Imagewerbung, weil die es sich leisten können. Da kommt es nicht mehr darauf an, ob Herr Müller, Herr Meier oder Herr Schmidt prüft oder berät, sondern dort zählen die großen Namen. Und das ist ein reines Imagemarken, also eine reine Imagemarkentransport. Wir müssen als Verfolger uns ganz anderen Kommunikationsmitteln bedienen, weil wir diese Aufwände auch gar nicht gehen können. Und so machen wir zum Beispiel Content Marketing wie hier und zeigen Persönlichkeiten mit Themen kombiniert, was eher der Verfolgerperspektive entspricht. Also mit anderen Mitteln, teilweise ja auch deutlich kleineren Budgets, alternative Wege zu beschreiten. Das müssen wir gleich nochmal genau besprechen, wie ganz konkret auch ein Verfolger sich zu verhalten hätte, als dass er auch wirklich den Marktführer in der Kommunikation ärgern kann. Das und mehr, liebe Zuschauer, gleich hier in der Chefsache Business Lounge. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei der Chefsache Business Lounge. Vor welche Herausforderungen werden große Konzerne gestellt in ihrer Kommunikation? Darüber sprechen wir heute in der Chefsache Business Lounge. Und zu Gast im Studio ist Christoph Frey. Er ist Leiter Corporate Communications bei Mikro Zürich. Sie haben ja eigentlich eine sehr komfortable Lage. Sie haben ziemlich viel Geld, um ziemlich viel Kommunikation zu machen. Können Sie sich im Prinzip alles leisten, um eine gute Kommunikation zu machen? Nein, alles. Ich hoffe, wir müssen uns nicht alles leisten. Wir können mit wenig Geld auch eine gute Kommunikation machen. Aber natürlich sind andere Möglichkeiten da. Das ist ganz klar. Aber mit wenig Geld, sage ich mal, eine gute Kommunikation zu machen, das ist ja an sich die große Kunst. Da hört sicherlich auch der Verfolger sozusagen im Markt gerne zu. Wie funktioniert denn das? Das funktioniert ganz einfach. Wir haben zum Beispiel eine relativ komplizierte Kampagne gestartet. Die heisst Generation M. Und da gibt man Versprechen ab an die Zukunft, dass man in den nächsten zehn Jahren so und so viele Tonnen CO2-Reduktion macht und so weiter. Ganz viele verschiedene Versprechen hat die Mikro abgegeben. Wie wir jetzt merken, zu lange, auf grosse Sicht, also fünf Jahre, in sieben Jahren, in zehn Jahren, da kam Coop und hat irgendwie hinten durchgedacht, ja, das ist viel zu lang und hat eine Kampagne gestartet, Taten statt Worte. Also in dieser Zeit, wo Migro immer noch am Aufarbeiten ist, machen wir es. Und in der Schweiz lange ein grosses Thema seit Jahrzehnten, man ist Coop-Kind oder man ist Migro-Kind. Die Schweiz teilt sich in diese beiden Lager auf. Bis jetzt kommt Aldi und sagt, macht Spots, ganz einfach, ich bin ein Aldi-Kind. Hab es gern günstig und gut und einfach und simpel. Das eine ist, ja, bitte? Ja, und das hat jetzt die Nation gespalten. Die einen finden das billig, die anderen finden es toll und genial. Also es ist schon so, das würde ich machen, wenn ich die Idee gehabt hätte, wenn ich Verfolger wäre. Also das ist schon gut. Man kann mittlerweile ja auch mit relativ wenig Mitteln gute Kommunikation machen. Es gibt einen US-Präsidenten, der beispielsweise einen Twitter-Account sehr gerne für sich nutzt, aber in den sozialen Medien kann man unfassbar viel machen. Es gibt auch Influencer, es gibt Trollfabriken, von denen man immer wieder hört. Ist das ein Weg, welchen man unbedingt einschlagen sollte in einer Unternehmenskommunikation? Völlig wurscht, ob ich jetzt ein kleines Unternehmen bin oder ein Konzern. Ja, ich denke, es kommt stark darauf an, welche Produkte und welche Kundenzielgruppe das Unternehmen anspricht. Also wenn ich im Endkundengeschäft bin, insbesondere in dem Endkundengeschäft, wo die 19- bis 49-Jährigen eine Rolle spielen oder die sogar noch drunter, dann bin ich auf jeden Fall gut beraten, wenn ich mich derartigen Dingen zuwende. Wenn ich aber entweder mich mit Rollstühlen für Senioren in die Obergeschosse meiner Villa beschäftige, dann brauche ich mich in den sozialen Medien mutmaßlich nicht zu bewegen. Genauso wenn ich meinen Fokus darauf lege, dass ich als Hersteller in der Lieferkette den nächsten industriellen Partner beliefere und der Weg zum Endkunden so weit ist, dass keiner mehr mein Unternehmen kennt, dann brauche ich in der Endkundenkommunikation keinen Euro einsetzen, weil das keine Wirkung hat. Wir haben viel über externe Kommunikation gesprochen. Abschließend möchte ich natürlich auch noch bei einem solchen großen Unternehmen wie den Ehring über die interne Kommunikation sprechen. Denn ich sage mal so, das, was drin nicht angekommen ist, da kannst du egal was behaupten da draußen, es wird niemals als authentisch wahr oder gar sympathisch wahrgenommen werden. Wie können Sie denn eine auch interne Kommunikation so darstellen, dass Sie auch passen mit dem, was Sie nach draußen kommunizieren und nicht die eigenen Mitarbeiter sagen, stimmt sowieso nicht, glaubt Ihnen nichts? Intern kommt immer vor extern. Das ist ganz klar. Also wenn wir kommunizieren, dann rein zeitlich werden die internen Kanäle vorher bedient. Wir wissen, wir haben viel im Einzelhandel Leute, die keinen Zugriff haben auf Computer. Eine Bank kann drücken und dann weiß es die ganze Welt. Bei uns ist das nicht so, aber wir haben jetzt gewisse Apps entwickelt, die sich die Mitarbeitenden runterladen können und eigentlich dann auch aktuell, wir laufend mit Informationen beliefern. Wir müssen Sie noch daran gewöhnen. Leider sind es noch relativ wenige, die das App auch haben und bedienen. Dann sagen wir wieder, ihr dürft in den Läden sowieso kein Handy benutzen. Das ist etwas schwieriger als in anderen Grossunternehmen. Einfach, weil viele Leute noch im aktiven Ladengeschäft involviert sind. Aber intern vor extern, wir haben Sie auch noch nie gross betrogen in unserer Information. Und eigentlich nie. Also haben wir das Vertrauen schon auch von den Mitarbeitenden, dass das, was wir Ihnen sagen, wir auch so meinen. Geht es am Ende, Karl-Christian Bayein, darum, um das eine Wort Vertrauen völlig wurscht, was für einen kommunikativen Weg du machst oder welchen Tipp haben Sie abschließend in unserer Business-Lounge? Ich glaube, man kann heutzutage auch in dieser dynamischen Welt und gerade weil Sie auch Trump angesprochen hatten, mutmaßlich nichts mehr haben als Vertrauen. Und das differenziert dann vielleicht Fake News von Tatsachen. Ja, vielen Dank für dieses Abschlusswort. Karl-Christian Bayein und Christoph Freitag, dass Sie hier waren in der Business-Lounge. Schön, dass Sie hier waren. Ja, liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder soweit in dieser Sendung. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Ihnen erstmal herzlichen Dank für Ihr Interesse an Ihren Fernsehgeräten. Herzlichen Dank auch meinem Publikum hier vor Ort, dass Sie hier waren. Und es würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Applaus Applaus Applaus